einen wunderschönen 7 dezember guten morgen es muss im programm weitergehen deswegen habe ich mir gedacht ich bringe eine tastatur mit und zwar das ist das bridge pro für das ipad pro eine clicky tastatur für das tablet ich schreibe jetzt ungefähr sechs sieben monate schon drauf und sie hält sich im täglichen gebrauch ich stecke sie oder ich stecke das ipad mehr oder weniger jeden tag ab und an wenn ich ins büro komme dann nehme ich das ist eine ganz andere geschichte wenn ich außerhalb des büros unterwegs bin benutze ich dieses keyboard immer und schreibt sich sehr sehr schön drauf ich habe sehr sehr viele worte schon darauf geschrieben kommt mit usbc lässt sich auch verbinden mit usbc und natürlich über bluetooth verbraucht ziemlich viel batterie ungewohnt viel batterie zu versprochen irgendwie dass das monate und jahre hält ich muss sagen ich stöpsel usbc gerne mal so an ich weiß nicht was den strom bei diesem keyboard zieht aber er wird gezogen ich habe halt auch darauf die hintergrund beleuchtung von den tasten an die ich finde wenn es einem wichtig ist es gibt die t file tasten zum tippen ansonsten ist das eine sehr sehr oldschool tastatur hier sind keine schmetterlinge für gestorben also ist wirklich wirklich oldschool hat so ein paar media tasten das benutze ich alles nicht so sehr hat kein trackpad weil es wäre natürlich im ipad jetzt neu irgendwie aus 13 könnte man irgendwann mal darüber nachdenken kommt mit so einem cover und zwar ist das cover eigentlich nur dafür gedacht dass man das so schön abschließend hat während das ipad in diese kleinen füßchen rutscht diese füßchen die lassen sich relativ schwierig verdrehen wenn man kein ipad angesteckt hat ansonsten sehr leicht der neigungswinkel von dem ipad der kann frei gewählt werden was auch durch ein durchaus ein verkaufsargument für dieses keyboard ist bringt einiges an gewicht noch mal zusätzlich auf die waage das muss man bedenken das muss einem klar sein aber ansonsten ist es eine sehr schöne tastatur und apples smart keyboard folio das mag ich auch ehrlich gesagt das hier ist noch eine spur besser ist ein anderer kompromiss den das macht das bridge pro für das ipad pro vielen dank fürs zuschauen und bis morgen